Hallo Steinchen-Fans, herzlich willkommen zurück in der Bauscheinecke. Mein Name ist Matthias und schaut mal, was ich heute für euch mitgebracht habe. Den vierten Schnapp der Woche. Ein wunderbares kleines Spielset, den LN2023 von Linus. Ein Pullback Racer in blau. Regulär kostet der 12,95 Euro. Jetzt als Schnapp der Woche für nur 7,95 Euro. Ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier haben wir erstmal die Box dazu. Und diejenigen unter euch, die öfter meine Videos schauen, wissen, dass ich so cleane Boxen wahnsinnig gerne mag. Ich mag das, wenn die einfach weiß. Das Set drauf. In dem Fall sieht man hier noch die Stud-Shooter. Das war's. Gut, hier ist jetzt auch das Pullback Racer Logo und natürlich hier Linus Logo und sowas. Aber je cleaner, umso schöner finde ich das. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Ist eine sehr coole Verpackung. Hier hinten drauf haben wir dann die gesamte Reihe dieser Pullback Racer. Das sind nämlich sechs Stück von der 2018 bis zu 2023. Und ja, einfach in verschiedenen Farben, verschiedene Autos stelle ich euch auch noch vor. Aber ich dachte mir, der blaue, der ist cool. Der sieht schön aus. Der wird der Schnapp der Woche. Ich gehe ja immer so durchs Lager und schaue durch die Bausteinecke und entscheide mich dann ganz spontan für irgendein Set, was der Schnapp werden soll. Die Anleitung, klammergebunden, ist super einfach. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die alten Bauschritte sind in der Farbsättigung gesenkt. Die neuen Bauschritte sind in voller Farbsättigung natürlich dargestellt und zusätzlich rot umrandet. Da kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Wir haben allerdings, was für ein Kinderset aber eigentlich auch vollkommen okay ist, ein paar Aufkleber dabei. Ich habe gehört, Kinder machen das sogar gerne. Bei einem 500, 600 Euro Set, da gehören Druckereien, aber für ein Kinderset vollkommen okay. Habe ich gar kein Problem mit. Ich muss allerdings darauf hinweisen, bei diesem Set, dass bei einigen Stellen Luftklemmtechniken verwendet werden. Zum Beispiel hier. Da werden die Achsen einfach in die Pinaufnahmen reingesteckt und in dem Fall jetzt werden die dann im nächsten Bauschritt direkt festgeklemmt. Aber es gibt auch Stellen, wo solche Achsen dann über 2, 3, 4 Bauschritte einfach lose in den Pinaufnahmen liegen bleiben sollen. Das funktioniert beim Bau natürlich nicht so gut. Muss man wissen. Holt man die Achse halt wieder raus, legt sie an die Seite und wenn man das dann festmacht, checkt man sie da rein und dann ist alles gut. Man muss es halt nur wissen. Bei diesem Set speziell hier, was ich im Stream gebaut habe, hatten wir zusätzlich das Problem, dass es leider scheinbar ein Montagsset war. Die Achsen waren alle, ich würde sagen, minimal zu klein. Die Leute von euch, die Linus schon mal geklemmt haben, wissen, Linus hat eine gute Steinequalität. Da gibt es eigentlich nichts dran zu meckern. Die Klemmkraft ist gut. Die fühlen sich haptisch angenehm an. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Nur bei diesem Set wirklich durch die Bank weg, alle Achsen minimal zu klein. Ich nehme zumindest an, dass es an den Achsen lag, denn die Pinaufnahmen, die Achsaufnahmen, entschuldige bitte, die Achsaufnahmen von allen Teilen haben so gehalten, dass es nicht rausrutscht. Aber Klemmkraft ist anders. Hatte ich aber bei Linus sonst auch noch nie. Wir haben schon viele von den Peanutsets gebaut zum Beispiel. Wir haben schon einen anderen Pullback Racer gebaut. Da war das nie irgendein Thema. Da war das immer top. Wie gesagt, wahrscheinlich einfach ein Montagsset gewesen. Hier haben wir das schöne Ding. Ich zeige euch mal eine Baukamera. Da kann man es noch ein bisschen besser sehen. Ist schon sehr cool und schnittig, wie ich finde. Hier haben wir zwei schöne... Für mich wären es Laserkanonen. Andere im Chat meinten, das könnten auch Bremsraketen sein oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein cooles, kleines Detail. Das Cockpit können wir hier schließen. Da passt dann theoretisch eine Minifigur rein. Können wir hier unten reinsetzen. Machen wir das Cockpit zu. Ist noch ein bisschen windsschnittiger. Und dann haben wir vorne zwei Stud-Shooter. Auch diese Front. Guckt euch mal diese Front an. Wie cool schnittig das ist. Gefällt mir echt gut. Und der Stud-Shooter hier. Ihr kennt das. Piu, piu. Und dann hat man keine Gegner mehr vor sich herfahren. Haben übrigens alle von diesen Pullback Racern. Also alle haben Stud-Shooter. Die können sich dann ganz großartig gegenseitig beschießen. Die andere Seite natürlich. Auch wieder mit den Lasern. Ich nenne es einfach Laser. Für mich sind es Laser. Ich finde das cool als Laser. Und die Aufkleber würden dann hier vorne auf die Stopes drauf kommen. Und hier hinten auf die Finnen. Hinten haben wir dann eine Vierfach-Auspuffanlage und eine unglaublich coole Turbine, die ich vorher hätte vielleicht mal gerade drehen sollen. So sieht das besser aus. Und vom Design her würde ich sagen, das Ding fährt mindestens 500 Millionen kmh. Das ist schon selbsterklärend praktisch. Jetzt kommen wir zur Hauptfunktion, dem eigentlich wichtigsten an diesem Set. Also das geht schon gut nach vorne. Ich mag Pullback. Pullback ist großartig. Ist keine besonders aufwendige Technik. Kostet nicht viel. Und bringt unendlichen Spielspaß. Mag ich wahnsinnig gerne. Genau. Ausgemessen haben wir es noch nicht. Das fehlt noch. Dieses schöne Ding ist mit Auspuffrohren. Die stehen hier hinten so ein bisschen raus. 21 cm lang. An den Reifen 10 cm breit. Und hier hinten an den Finnen, sagen wir mal, ja, 8,5, 9 cm hoch. Schönes kleines Ding halt. Ja. Der nächste Schnapp der Woche. Wenn ihr mal sehen wollt, wie sowas gebaut wird, dann kommt doch mittwochs mal zum Livestream vorbei. Ab 20 Uhr auf twitch.tv slash bausteinecke bin ich live. Ansonsten, also da bauen wir den nächsten Schnapp der Woche. Ansonsten sonntags um 20 Uhr, da bauen wir irgendwas anderes, worauf wir gerade Lust haben. Ist immer eine schöne Runde. Wir haben sehr viel Spaß hintereinander. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mal vorbei. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch eine schöne Zeit. Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Macht was Schönes. Baut was Schönes. Und habt einfach eine schöne Zeit. Bis dahin. Macht es jod. Auf Wiedersehen. 11. 3.